Bla 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 So meine Freunde, weiter geht's mit Let's Play Rock of Ages Äh, ne bisschen andere Kameraperspektive als die letzten Male Und vielleicht ist das Bild da auch in der Ecke ein bisschen kleiner oder größer oder ein bisschen deplatziert Ich weiß es nicht, weil X-Bit gerade meine kompletten Grundeinstellungen über den Haufen geschmissen hat Das ist, wow, einfach nur kranker Scheiß Ähm, ich weiß nicht, weil X-Bit gerade meine kompletten Grundeinstellungen über den Haufen geschmissen hat Ich hab wieder zurückgewechselt auf den alten Block Ich glaub, das war's eigentlich für weiter Neuerung Ich hab mir heute mal Apfel geschnitten, so als kleine, äh, Happy Happy Joy Joy, äh, lecker Bissen für zwischendurch, was auch immer Mh, und natürlich der obligatorische Tee Ah, so, ähm, ja, ich werd jetzt erstmal weitermachen in der Story oder was auch immer Oder mir einfach mal die nächste Karte angucken, weil ich da schon ziemlich gespannt drauf bin L'Aquila war das letzte, jetzt kommt Roma Okay, ähm, bin mal gespannt Die Cutscene kenn ich selber noch nicht Let's see Okay, blöden Okay, blöden Ja Bitte nicht Leonardo Bitte nicht Leonardo Okay, Julius der Zweite Ah, der schreckliche Papst Oh, der Kriegspapst Juhu Hallo Er hat die Faust Gottes als Stein So ein Pisser Na super Hm So, ich hab neue Einheit Ich hab Sprengfässer, große Ich hab größere Windgebläse Die Map sieht krank aus Ähm Mal gucken An den Seiten komm ich nicht wirklich durch Moment, Moment Erstmal als allerwichtigstes Ich brauch Kohle Da und Da Sollten die eigentlich ganz schön sicher sein, hoffe ich mal Ähm Und Dennoch noch da und da Hab ich noch irgendwo einen halbwegs sicheren Platz Keine Ahnung Ich rolle erstmal Ich muss mir den Scheiß hier angucken Weil er rollt wahrscheinlich genauso schnell Oh, natürlich Mach mir ganz am Anfang den Scheiß kaputt Finde ich gut Ähm Wow Was geht hier für eine Scheiße Ähm Okay, da ist eine fette Kanone Ich kann Nicht lenken Oh Okay, hier muss ich wirklich aufpassen Dass ich nicht auf einmal zu schnell werde Wow Das ist kranke Scheiß Äh Okay, ich hab gut Zeug zerstört Ähm Okay, hier hinten könnte man wirklich gut Scheiße bauen Rums Okay Da hab ich doch ganz gut Schaden gemacht Äh Er leider auch Ähm Was macht man denn da am besten Äh Äh Bringt das was So Da Und Da So, keine Ahnung Dass das darüber geblasen wird Und dann meinetwegen in so Fässer Rein Pop 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 Ähm Oder ich mach hier einfach so dicke, dicke Dinger hin So Da Dicke Dinger Und davor einfach mal so ein riesen Monster Zwei Monster Elefanten So Da und Da und Da I'm burning My friend Okay, ähm Hier am Anfang schön viel kaputt machen Da sind Kühe in diesen Luftfächern Okay Hier schön langsam Oh fuck Ich muss da später noch rauf Oh scheiße Das ist That's really unfortunate Ähm Weil da ein Schlüssel ist Das finde ich uncool Oh Nein Nein, scheiße Oh, ich hasse das, ey Habe ich jetzt anderes Face oder so? Ich bin doch immer noch Sisyphus' Freund Hörp Doof Mäh Oh, zum Glück bin ich nicht explodiert Mhm Oh, okay Er hat mir Schaden gemacht Aber ich hab ihm auch Schaden gemacht Und jetzt hab ich Kohle ohne Ende So, das hier hinten hat ja mal original Nichts gebracht Äh Naja, wollen wir dich mal einfach komplett ausbremsen Wenn du hier überhaupt durchkommst Ähm Ich könnte auch Moment Wo hatte ich so Probleme? Also hier lang Dann einmal hier quer rüber Ich könnte den hier runterpusten So Da Haus gesetzt Der römmelt da nicht durch Das wär natürlich uncool Äh Okay, los geht's Ähm Ähm mit Stahl, Ball mit Stahlmannschät. Ich muss schneller sein als dieser Pisser. Ich muss so verfickt nochmal schneller sein als dieser Pisser. Okay, gut, gut, gut. So, jetzt Speed sammeln. Oh. Motherfucking. Publicis lecker. 2.90 beim McCafe. Ja, passt. Oh, passt nicht. Das tut weh. Ja, aber er kriegt auch Hartschaden. Ja, ich bin durchgekommen. Mein Elefant, mein Elefant. Da oben, mein Elefant. Mein Elefant hat den gerade so platt gemacht. Elefant. Oh, yeah. Apfel. Lecker. Hm. Florenz. I like Florenz. Ich war noch nie da, aber ich würde gerne mal. Hm. Was? Er wird eingelassen? Ich bin sowas. Ich bin Leonardo da Vinci. Ich bin Leonardo da Vinci. Und für uns, die Aliezer. Every action von dir bis heute ist, und die Resultation, calculatet und progettet von vielen individuen mit einem ... einem ... 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 Oh, Matrix-Referenz. die matrix in der matrix in der matrix innen das ist gut das ist richtig gut kranker steht wo kann ich halbwegs sicher ein paar von denen hier auf größere goldminen überall hinsetzen wo ich kann da und und da und da und rollen oh gott jetzt habe ich größere goldminen die sonne leonard und der winch auch so das sind diese berühmten flüsse von florenz hier diese kanäle und krachten da okay und die bremsen einen aus obwohl das wasser in meine richtung fließt das ist ja schon mal uncool soll heißen ich will nicht im wasser bleiben sondern an der seite lang rollen okay da habe ich den irgendwie ziemlich gut gedacht und er schießt inzwischen mit diesem teil auf mich das ist so uncool ilson leonardo da vinci larki deckte oh wow ja bald ist irgendwie die die kugel ist irgendwie ziemlich kaputt gegangen loi glaub ich bin mir dabei welp okay das ist quatsch da rauf zu wen was war das für ein ding egal ich treff ich treff um so das war first strike first strike und so was ist denn das überhaupt helikopter forschen das schlachtfeld und Oh, das ist ziemlich cool. Das heißt, ich muss den hier einmal richtig hart aufhalten. So. Einmal richtig hart aufhalten, so. Bam. Bam. Da kann ich auch ein normales Katapult hinstellen, glaube ich. Und da auch. Fireball. Was passiert, wenn ich jetzt ins Wasser hüpfe? Ein brennender Ball. Und Stampus fragt sich, manchmal steht wohl, wenn ich jetzt weiter damit hüpfe. Der wird doch sicher nicht ausgehen. Nein, überhaupt nicht. Wow. Oh, was ein üblerer Sprung. Kann ich hier irgendwo abkürzen? Er hat Goldminen. Jetzt nicht mehr. So. Pisser. Glaubt der, der kann mehr Kohle scheffeln als ich, ey? Was glaubt der, wer der ist, ey? Kanalarbeiter oder was? Oder so ein Architekten-Ding. Jetzt komme ich hier eigentlich rüber. So irgendwie böse abkürzen und so. So, Leonardo da Vinci. Scheiße, scheiße. Komm, 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 komm. Ach, komm, you son Leonardo da Vinci. Mega. Äh, wo bin ich? Wo bin ich? Äh, komm, der war gut. Ich sollte den Part mal Rock of Rages nennen und so. Äh, nochmal versuchen wir dämlich. Oh, pfuh, 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 pfuh. Ähm. La, la, la. I need YouTube money. Oh, oh. Äh, egal. Egal. Shit, der Pisser hat getroffen. Oh shit, der Typ fährt harte Geschütze auf. Oh la, oh la, oh la, 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 la. Du. Fick dich. Ich wusste, Leonardo wird ne harte Nuss, aber so hart? Ridiculous. So. Ich hab jetzt Kolo nennen, ne? Äh, wie sieht das eigentlich damit aus? So, da einen hin und. Äh, meinetwegen auch da einen hin. Hat er meinen eigentlich kaputt gemacht inzwischen? Eigentlich auch da einen hin und da. Ja, ich glaub, der hat die inzwischen kaputt gemacht. Einmal irgendwo. Eigentlich auch da einen hin. So. Jetzt hab ich hier Türme. Junge. Junge. Junge Mädchen. Junge. So, hier. Türme und so. Scheiße, ich glaub, ich hab die an die falsche Städte gepackt. Los, los, los. Roll, 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 roll. Zack, ich, zack, ich, ähm. Ich könnte noch warten, bis ich die Manschette krieg, aber das dauert noch zu lange. Okay, nächstes Mal nicht so viel Zeit verplempern. Ihn schön ausbremsen und... Gas geben, wenn ich in den Flüssen bin. Also, wenn ich nicht in den... Da, du pisst mir schon die ganze Zeit auf den Sack, ey. Du nervst. Du get on my nerve. You got on my nerve. Faster, faster. Ah, dieses Wasser, das nervt so. Das ist richtig übel. Das macht einen... Ich check nicht, warum es einen langsamer macht. Das fließt in die Richtung, wo ich hin will. Oh, ich bin kleiner geworden. Ich weiß nicht, ob das... Reicht. Ja, das war's. Das war's. Komm, gib mir einfach auf. Gib einfach auf, Sisyphus. Karte erneut versuchen. Okay, Leonardo da Vinci, Esther Bastardo und so. Jaja, das hatten wir gerade. Lasse alle Hoffnungen fahren und so. Das gibt Rache. Das gibt Rache, du Bastard. So, Kohle. Wo rollt man in der Regel nicht lang? Da. Meinetwegen rollt man da auch nicht lang. Da auch eher weniger. So, jetzt bekomme ich Geld. Komm, komm, komm. Vielleicht kriege ich noch genug Geld, um einen kleinen zu bauen. Zackig. So. Zu viele Einheiten dieser Art, das finde ich schon mal gut. Also nicht gut, aber kommt vor. Okay, schnell rollen, schnell rollen. Der Gegner rollt auch. So, jetzt muss ich einfach jedes Mal, wenn ich rolle, schneller sein als er. So einfach ist das. Passt du? Passt du? Einfach nur raus aus dem Wasser. Komm schon. Passt du?